So, liebe Freunde des gepflegten oder auch weniger gepflegten oder rohen, ungehobbelten Dartsports. Heute machen wir mal was, was ich eigentlich viel zu selten mache, was ich aber schon mal gemacht habe. Nehmt ein handelsübliches Backpapier aus der Küche. Ihr braucht da kein teures Hilfsmittel kaufen. Guck, hier sind lauter Löcher drin. Das habe ich am SteelDartboard gemacht vor vielen Monaten. Eigentlich sollte man hier irgendwo ein Datum draufschreiben mit Leihstift. Dann kann man das Falten in den Ordner abheften und dann kann man später schauen, wie sich das mit der Zeit verändert hat. Ich habe das jetzt wieder gefunden und dachte mir, Mensch, bist du blöd, das solltest du eigentlich öfter machen. Damit kann man seinen Trainingserfolg messen in einer gewissen Hinsicht und zwar die Streuung. Die Streuung ist ja relativ wichtig. Im Endeffekt triffst du eh nicht immer das Triple, aber je mehr du in die Nähe kommst, desto höher ist die Chance, dass du es triffst. Als Profi hast du dann vielleicht 90% Chance, als Amateur hast du vielleicht 20% Chance. Das heißt, jeder fünfte Dart geht rein, beim Profi gehen 9 von 10 Darts rein. Wobei das auch schon zu hoch ist, wahrscheinlich haben die sogar ein bisschen weniger. Wie viele die genau haben, weiß ich nicht. Jedenfalls wir gucken jetzt mal, wobei es uns nicht so sehr darum geht, wie viele reingehen, sondern wie die Streuung aussieht, wie weit unsere Streuung ist sozusagen, die Abweichung vom Ziel. Und jeden Monat kannst du das einmal testen. Eigentlich sollte dann dein Radius immer kleiner werden. Das mit dem Radius erkläre ich euch, dass wenn ihr das noch nicht in der Schule hattet oder wenn ihr das nie in der Schule hattet, ist es überhaupt kein Problem, es stinkt ja einfach. Und es ist auch eine geile Anwendung für Mathe. Ich habe Mathe immer gehasst in der Schule. Aber wenn man so eine geile Anwendung hat, dann lernt sich das von ganz alleine. Jetzt ist erstmal wichtig, ob das Ding hält, ob ich das irgendwie festkriege. Das schneide ich eh raus. Eine Sache will ich noch sagen. Team Fortress Spring Awakening 99. Das war eine LAN-Party. Wer von euch nicht weiß, was es eine LAN-Party ist, das ist damals, wo man noch nicht mehr Internet hatte, hat man sich mit seinem Computer an einen Ort begeben, wie eine Sporthalle. Da kamen ganz viele mit ihrem Computer. Die hat man alle angeschlossen mit Kabeln. Und dann hat man gezockt, weil da die Latenz viel weniger war. Weil man natürlich nicht so Verzögerung hatte. Und weil manche auch einfach gar kein Internet hatten. Das heißt, man konnte nur so gegen andere zocken. Und dann haben wir LAN-Partys gemacht. Und Team Fortress war ein Mod für das Spiel Half-Life. Was den Leuten heutzutage erschreckenderweise, daran merke ich manchmal, wie alt ich werde, nichts mehr sagt. Geht es um einen Elfjährigen hin, sage ich ja, Half-Life. Kennst du Half-Life? Nö. Kennst du Counter-Strike? Nö. Dann denke ich mir, hä, äh, äh, okay. Ich bin mega alt. Dann sagt er zu mir, kennst du das, kennst du das? Dann kenne ich nur noch GTA, weil GTA gab es bei uns schon. GTA 1 und 2. Ich bin ein spontaner Mensch. Ich mache einfach spontan die Sachen. Ich habe das jetzt nicht länger geplant. Ich habe gerade eben dieses Papier da gesehen und gedacht, Mensch Simon, das sollst du mal machen. Und vor allem, ihr seid mega hungrig nach Sachen, die praktische Anwendungen haben. Und das Ding hat praktische Anwendungen, glaub mir. Das muss richtig straff kleben. Richtig straff an Bord. Ich nehme jetzt mal stinknormalen Tesa. Beziehungsweise Klebestreifen, Film, Gedöns, keine Ahnung was. So. Das ist jetzt ziemlich straff hier. Ich hoffe jetzt, das hält. Wir machen jetzt einen Test. Wenn es nicht hält, dann ist es einfach kacke. Ich meine, dann ist es einfach nicht so gut. Und wenn die Soft-Tips, ich habe das ja mit Steel gemacht, wenn die Soft-Tips hier nicht durchgehen, dann schmeiße ich einfach Steel-Tips auf die Soft-Scheibe. Nein, das dürft ihr auf keinen Fall jemals machen, dann ist der Automat kaputt. Wahrscheinlich sogar sofort. Auf keinen Fall, nie mit Steel-Tips schmeißen. Und wenn ihr Conversion-Points benutzt, also Darts, wo du die Steel-Tips reinschraubst, statt Soft-Tips und dann damit schmeißt, macht es nie, wenn du nicht im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte bist. Weil es könnte sein, dass du heimkommst und dann die Conversion-Points nicht rausgeschraubt hast und auf den Automat schmeißt, dann ist der kaputt. Alles schon erlebt. Jetzt schmeißen wir der Einfachheit halber 100 Darts, weil es sich mit 100 super leicht rechnen lässt und weil es eine groß genuge Anzahl ist, dass man daraus Schlussfolgerungen ziehen kann. Sage ich jetzt mal, 1000 wäre noch besser, 10.000 wäre noch besser, je mehr, desto besser. Wir machen mal 100, 10 wäre etwas wenig. Also wir machen mal 100. Weil es egal ist, mache ich jetzt einfach mal Master-Out und 4 Spiele an. Wir wollen ja nur 100 Darts werfen. Moment, eine Sache machen wir noch. Der riecht nach Erdbeer. Der Stift muss nach Erdbeer riechen, sonst geht dieser Trick nicht. Da mache ich jetzt einen ganz kleinen Punkt auf das Ziel, auf das wir werfen, damit wir da später einen Anhaltspunkt haben. Ich mache den in die Mitte vom Triple-20-Segment, weil ich jetzt meine Streuung um die 20 rumchecke. Ich mache einfach mit dem Edding einen Punkt. Okay, schau, dass der Edding nach Erdbeer riecht. Nee, du sollst nicht am Edding schnüffeln. Habe ich eindeutig nicht gesagt. Und jetzt hauen wir 100 Darts, die mache ich. Ich zähle einfach mal lose mit hier so. Ich beschleunige das Ganze jetzt gleich und lasse es nur als Ganzes drin, damit ihr seht, dass ich hier nicht geschummelt oder geschnitten habe, sondern dass es in einer Tour durchgezogen hat. Man ist irgendwie aufgeregt und traut sich gar nicht. So, die Löcher, die der Reist sind ziemlich groß. Ich schaue jetzt mal einfach, ob das überhaupt taugt. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Die Dartscheibe so zu verbergen ist übrigens auch eine wirkungsvolle Methode, um Dartitis wieder loszuwerden. Hau einfach 10 Backpapiere übereinander drauf und nimm immer wieder eins weg. Je besser du wirst, je mehr du wieder den Dart loslassen kannst, bis du die Scheibe wieder siehst. Ein bisschen aufpassen beim Rausziehen, dass man nicht noch mehr Löcher macht. Drei. So, nach diesen nächsten Darts spule ich vor. Ich habe jetzt nur noch nicht den Turbo reingehauen, weil jetzt noch ein wichtiger Hinweis kommt. Und das mit dem Schneideprogramm hier ein bisschen kompliziert ist. Aber jetzt noch drei Darts und danach spule ich vor. Wenn du das gleiche Loch nochmal triffst, ist das überhaupt nicht schlimm. Schmeiß einfach mal 100 Darts. Jo, ich habe jetzt den Sound hier rausgenommen, weil der sowieso nur gemacht hat, ungefähr. Und siehst du ja, ich ballere jetzt hier auf die Triple 20, so circa 100 Pfeile. Ich habe mich mit Sicherheit wieder mal verzählt. Man könnte das alles nachberechnen. Man könnte auch den Average berechnen. Aber jetzt sind wir gleich fertig und jetzt geht es an die Auswertung. 100. Der war schon wieder in das Loch. Das ist interessant, rechts von dem Segment. 100. Jetzt mache ich was, was ich mir vorher nicht überlegt habe. Jetzt markiere ich kurz, was die Segmente sind. Ich male hier kurz die Linie nach. Im Prinzip empfiehlt sich hier ein Edding, weil ich glaube, dass der hier bald komplett abgeht, sozusagen. Erstmal zeige ich euch das noch kurz von Nahem. Wie das jetzt aussieht. Hier einfach festgeklebt mit Tesa. Ziemlich straff. Hat gut geklappt. 100 Darts. Jetzt kommt die Auswertung mit ein bisschen Mathe. Das ist aber baby einfach. So Jungs und Mädels. In Ermangelung eines Zirkels. Und in Ermangelung ist tatsächlich Deutsch. Ich habe jetzt versucht, mir einen Zirkel zu basteln. Katastrophe hat nicht funktioniert. Vergiss es. Ist aber nicht so wichtig. Ich hole meinen Zirkel demnächst ab. Ich weiß schon, wo der liegt. Der liegt in irgendeinem Umzugskarton. Und ich habe auch einen Taschenrechner zwar gefunden. Aber der ist leer. So. Deswegen nehme ich das Handy. Das heißt, das könnt ihr alle machen. So. Pass auf. Seht ihr diesen Joghurtdeckel? Jetzt seht ihr es. Der hat so eine Art Crosshair. Der hat von beiden Seiten, siehst du, der hat so Punkte drin. Und in der Mitte ist der Mittelpunkt. Super passend. Das ist ein Bio-Joghurt vom Lidl. So ein großer. Suchst einfach so einen Joghurt, der so einen Deckel, der so Löcher hat. Oder du nimmst einen Zirkel, wenn du einen hast. Einen Zirkel ist noch besser. Ich nehme jetzt den Joghurtdeckel und ich habe einfach Glück. Eigentlich brauchst du einen Zirkel. Du kannst auch keinen Topf nehmen. Du musst nämlich durchsehen können. Es erklärt sich gleich, warum. Die Mitte dieses Plastikdeckels lege ich jetzt genau über mein Ziel, das ich ja mit dem Kuli nochmal angedeutet habe. Das ich auch zum Glück nicht weggebolzt habe. Muss man dazu sagen. Die Methode ist vielleicht nicht ideal. Vielleicht sollte man das Ziel auch noch größer markieren, dass wenn man es weggebolzt hat, man es noch immer sehen kann. Oder man macht es einfach immer in die Mitte der Triple 20 und legt die Triple 20, so wie ich jetzt, auf ein Dartboard auf. Beziehungsweise malt die halt so auf. Siehst du, ich habe es ja auch aufgemalt. Nächstes Mal mache ich es mit einem schwarzen Edding. Ist wie gesagt improvisiert. Ich plane sowas nicht so vorher. Ich mache es nächstes Mal besser. Ich will es eh noch für das Bull und für die Triple 19 auch mal machen. Aus dem Grund, dass man dann mal sieht, ob meine Abweichung immer gleich ist meine Streuung oder ob meine Abweichung auf der 19 tatsächlich noch eine andere ist als auf der 20. Kann ja sein. Vielleicht habe ich einen viel besseren Fokus auf die 20 oder mein Arm ist mehr gerichtet auf die 20, weil ich dann öfter drauf trainiere als auf die 19. So, jedenfalls habe ich den jetzt genau drüber gelegt. Übers Ziel. Und jetzt guck mal hier. Wir haben 100 Würfe gemacht. Das heißt, 5 von diesen 100 sind 5%. Die obersten und die untersten 5% musst du eigentlich rausnehmen, weil das sind die, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, Altsritus auf Holländisch oder Outlier. Die sind quasi Fehlschüsse. Ausreißer. Kann man statistisch rausnehmen. Das heißt, der hier ist am weitesten weg. Ich habe jetzt leider keinen Zirkel. Normal würde ich dann eine Linie machen vom weitesten weg, vom viertweitesten weg und so weiter. Und dann könntest du, oder du machst einfach ein paar Linien und dann kannst du sehen, welche 5 am äußersten liegen. Der hier ist einer. 1, 2, 3. Und jetzt kommt es drauf an, sind die beiden näher dran oder die beiden. Lineale habe ich zum Glück. Mit dem Zirkel hättest du die normal jetzt so erfasst, dann wüsstest du genau 1, 2, 3, 4, 5 sind außerhalb. Der Rest ist innerhalb. Interessant zu sehen ist jetzt auch, 3 sind in die 12 gegangen und 3 in die 18. Lasst mich noch schnell was zu den 3 12ern und den 3 18ern sagen. Hierin kann eine der Begründungen liegen, warum man, nachdem man anfängt zu trainieren, erstmal schlechter wird und dann wieder besser wird beim Darts. Die Leute sagen, ich spiele jetzt seit so und so vielen Monaten, jetzt werde ich auf einmal schlechter. Du machst hier 18 Punkte und hier 12. Du machst hier nur 5 und hier nur 1. Wenn du weniger 18er und 12er machst, weil du genauer wirst, machst du weniger Punkte. Du triffst zwar auch manchmal mehr 20er, aber diese 17er-Differenz und diese 7er-Differenz, die tun richtig weh. Prinzipiell wird man sowieso erstmal schlechter, wenn man anfängt auf die Triple 20 zu zielen, weil man ungefähr im Durchschnitt, wenn man irgendwo aufs Startboard wirft, also irgendwie, macht man so ungefähr 39 Punkte. 38,7. Das heißt, 39, irgendwas musst du erstmal machen. Aber wenn du jetzt die 20, wenn du dich immer mehr annäherst und du schmeißt eine 26, schmeißt du unter Durchschnitt sozusagen. Wenn du eine 18, eine 12 oder eine 20 schmeißt, schmeißt du 50 Punkte, schmeißt du Überdurchschnitt. 20, 1 und 18 sind 39. Das ist ungefähr der Durchschnitt, wenn du das schmeißt. Also man bewegt sich hier, man wird erstmal unterdurchschnittlich sozusagen. Bis man 2,20er trifft sicher. Dann hat man 40 Punkte plus noch einen Pfeil, dann bist du Überdurchschnitt. Dann geht es erst los. Es geht erst los richtig mit deiner Dart-Karriere, wenn du 2,20er ziemlich sicher triffst. Und wenn du dann anfängst, noch die Triple 20 zu treffen und immer konstanter wirst hier in der Mitte, dann wirst du natürlich immer besser. So, jetzt haben wir gesagt, der hier ist am weitesten weg und zählt noch zu den 95 Prozent, die wir wollen. Wir messen das ab. 5,6 Zentimeter ist der Radius von meinem Trefferbild. Der maximale Radius. Jetzt müsste man die inneren 5 natürlich auch abziehen. Die sind aber alle eh innerhalb vom Radius. Also das passt schon. So, und damit kommen wir zum spaßigen Teil. Mathematik. Habe ich geliebt in der Schule. Nein, habe ich fürchterlich gehasst. Und warum? Weil meistens man überhaupt keinen Bezug dazu hatte, weil die Beispiele so weltfremd waren. Stattdessen hätte man sagen können, der YouTuber Dart-Scondel möchte seine Streuung mit der Streuung vom YouTuber Marcel Scorpion vergleichen. Und beide werfen ein Trefferbild. Dart-Scondel hat ein Radius von 5,2 bei einer 5-prozentigen Korrektur der Abweichung. Und Marcel Scorpion hat ein Trefferbild von... bei einer bla bla bla. So, dann Aufgabe A. Berechnen Sie die Oberfläche des Trefferbildes von Dart-Scondel. Aufgabe B. Berechnen Sie die Oberfläche des Trefferbildes von Marcel Scorpion. Das wäre doch mal eine Aufgabe, wo du denkst, hey, erstens möchte ich es wissen. Zweitens, geil, ich kann das berechnen. Das finde ich geil. Drittens, das mache ich jetzt einfach mal, weil ich habe da Bock drauf. So einfach holt man das in die echte Welt. Aber der Gymnasarzt muss ja abstrahieren können. Der darf ja auf keinen Fall eine Anwendung aus dem echten Leben lernen. Auf keinen Fall. Deswegen gibt es ja auch keinen Fach Steuererklärung. Das ist zu hilfreich. Egal. Jetzt berechnen wir. Jetzt habt ihr natürlich alle in der Schule aufgepasst und wisst, dass die Kreisfläche, das heißt unser Trefferbild, R² Pi ist... R² Pi ist die Kreiszahl Pi. Jetzt ist es also bei mir 5,6 im Quadrat mal 3,1415. Weiter weiß ich Pi gerade auch nicht auswendig, aber das reicht, um in meinem komischen Taschenrechner hier 5,6 mal 5,6 zu rechnen und dann mal 3,1415. Das runde ich auf 2. 98,52 cm², weil das sind Zentimeter. 98,52 cm² ist mein Schussfeld, in dem ich treffe, wenn ich 100 Darts auf die Triple 20 schmeiße. Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß ist die Triple 20 überhaupt? Dazu brauchen wir eigentlich den Radius bis zum Triple. Ich mache das jetzt mal ungefähr 10,8. Das wäre jetzt natürlich gut, wenn man das genau wüsste. Das kann man sicher genau rausfinden. Ja, man kann das genau rausfinden und zwar ist es 10,7. Das sieht man an dem Wert Center to Outer Triple Wire, also vom Mittelpunkt zum äußeren Triple Rand. 107. Und Center to Inner Triple Wire ist 99, also 9,9. Ich werde das jetzt gleich falsch schätzen, aber es ist für meine Berechnung, ich habe 9,7 abgemessen, aber es geht nur prinzipiell um die Berechnung. Also man müsste das normalerweise mit 10,7 und 9,9 rechnen. 9,7, das heißt, wir haben mal 10,8 mal 3,1415 ist 366,425. Das ist quasi der Kreis mit Trippeln. 366,425. Jetzt der Kreis ohne Trippel. Hier ist 295,584. So, und jetzt müssen wir 366,425. Kreis mit Trippel. Minus. Kreis ohne Trippel. 295,584 rechnen. Übrig bleiben also nur die Trippel. Also das heißt, die Trippel-Segmente sind 70,8 Quadratzentimeter, also dann teilen wir das durch 20. Dann wissen wir, wie groß ein Trippel-Segment ist und ein Trippel-Segment ist 3,54 Quadratzentimeter. 3,54 Quadratzentimeter. Das ist jetzt falsch, weil ich die falschen Werte genommen habe. Nicht vergessen. Das heißt, die Fläche, die ich idealerweise treffen will, immer, ist nur 3,54 Quadratzentimeter groß. Ich treffe momentan, meine Darts treffen momentan auf einer Fläche ein von 98,52 Quadratzentimeter. Ist noch ein bisschen weit weg, aber macht nichts. Jetzt kann ich natürlich berechnen, wie hoch die Chance ist, dass ich die Trippel-20 treffe bei meinem Radiusgedöns, bei meiner Fläche. Und zwar 3,54 möchte ich treffen, geteilt durch 98,52. Treffe ich momentan. Ist 0,0359, also mal 100 Prozent ist ungefähr 3,6 Prozent ist die Chance, dass ich persönlich die Trippel-20 treffe momentan. Das ist natürlich ziemlich mager. Das heißt, von 100 Pfeilen treffe ich nur 3,6, also 3 oder 4 Pfeile in die Trippel-20. Ihr müsst mal nachzählen, wie viel ich getroffen habe. Das sind nämlich, natürlich sind es mehr, die ich treffe, weil das ist natürlich ein bisschen eine Schmarrnberechnung. 12 habe ich getroffen. Aber es gibt da mal ein bisschen einen Einblick, wie hoch eigentlich die Chance wäre mit dem Trefferbild, wenn ich immer zufällig da reinwerfen würde in diese große Oberfläche, dass ich das Feld treffe. Ich werfe natürlich nicht zufällig rein, ich versuche natürlich immer die Trippel-20 zu treffen. Deswegen ist der Wert etwas höher. Nämlich 12 Prozent. Aber es ist einfach mal eine lustige Spielerei und man sieht einfach mal, wozu Mathe gut ist. Weil so eine Rechenaufgabe hättest du gerne gemacht in der Schule. Und den Käse, den man immer ausrechnen musste, diesen abstrakten, den kannst du natürlich in der echten Welt gar nicht anwenden. Und jetzt kannst du mal ein bisschen was anwenden. Das macht auch mal Spaß. Und um euch jetzt zu zeigen, wo das jetzt noch eine Anwendung finden kann, dieses ganze Gerechne. Das war mein altes Papier von vor ein paar Monaten. Ich habe hier mal markiert, wo der am weitesten wegliegende Ausreißer Outlier ist. Minus 5, das ist 6,1 Zentimeter. Hier rosa markiert. 6,1. Gleiche Formel wie hier oben. Nur hier setzen wir 6,1 ein. 116,89. Also 0,9, wenn wir runden. 116,9. 116,9 Quadratzentimeter. Und jetzt kann ich die 98,52. Warum hast du da einen ganz großen Kreis hin gemalt? Das erkläre ich dir gleich, Schatz. Geteilt durch 116,9. So. Ist 84 Prozent sozusagen. Dieser Wert sind 84 Prozent hiervon. Ich muss nur noch 1 minus diese 0,84 und komme dann auf 15,72 Prozent. Oder du rechnest so. Ich hatte vorher ein 116,9er Bild und jetzt habe ich ein 98,52er Bild. Also müssen wir 116,9 minus 98,52. Das ist 18,38. Teilen durch 116,9. Ist gleich 0,157. Also mal 100 Prozent. Ich bin um 15,72 Prozent besser geworden. Und das ist gar nicht mal schlecht. Die Treuung hat sich verringert. Das ist gar nicht mal schlecht. Papi, was ist das für eine Zahl? Bitte schön. Das hier ist die Oberfläche von meinem Trefferbild. Und ich wollte jetzt eigentlich ausrechnen, wie viel Prozent besser ich wurde. So, jetzt bin ich auf blitzrechner.de gelandet. Ausgangswert 116,9. Endwert 98,52. Berechnen. Um nochmal ganz sicher zu gehen. 15,72 Prozent. Also alles gut. Wenn ich was falsch gemacht habe, riecht mir Bescheid. Nicht, dass ihr alle durch die Mathe-Prüfung fallen gegen mir. Papa. Ja. Papa. Ja. Was musst du? Sie versucht zum ersten Mal Simon zu sagen, glaube ich. Oh, Mann. Das ist eine gute Möglichkeit, den Streuradius festzustellen. Und ist super billig. Du kannst das abheften. Ich kann das nächstes Mal wieder vergleichen. Und du siehst dann dein Trefferbild. Und du brauchst nichts dazu kaufen. Nichts. Du brauchst nicht mal einen Zirkel. Du kannst auch in Plastik teilnehmen. Normalerweise machst du das einmal im Monat. Deine Streuung. Das ist okay. Für die ganz Harten kannst du einmal pro Woche machen. Und die Ultra-Hardcore-Trainingsfetischisten können das einmal am Tag machen. Immer nach der Trainingssession zum Beispiel. Oder immer am Morgen. Oder wie auch immer. Die Kreisoberfläche deines Streukreises sollte immer kleiner werden. Und jetzt wäre noch interessant Bullseye und Triple 19. Das mache ich aber auch anders, weil jetzt muss ich wohin. Und ich kann es vielleicht vorher noch auf das Video rausbringen. Ihr könnt ja mal posten, wie viel Quadratzentimeter ihr habt. Das würde mich mal interessieren. Wie ist euer Trefferbild? Schreibt es mal in die Kommentare. Darf ich auch mal? Dann. Dann.